Hearthstone Kartenchaos So Als Belohnung gibt es wieder eine Kartenpackung Wie immer Und wir wählen jetzt aus Ähm Da schauen wir mal kurz rein Äh Ein Questlog Droide, Jäger, Priester, Hexenmeister Äh Büchenjäger nehmen Dann habe ich die Quest abgeschlossen Wenn ich gewinnen sollte Mal schauen wir mal Was uns hier erwartet Ausschließlich legendäre Diener Ist natürlich immer sehr geil Da entstehen Relativ häufig Äh Richtig geile Kombos Im Kartenchaos Im regulären Spiel natürlich auch Aber Kartenchaos ist natürlich wieder was für sich So Die sind mir für den Anfang Auf jeden Fall zu hoch Äh Ja Ja Ich hoffe mal der andere hat jetzt nicht Äh Mehr Glück als ich gehabt Bei den Karten Was ist das? Der nächste legendäre Diener Den ihr ausspielt Und all eure Kopien davon Kosten drei wenige Welche Kopien denn? Ach Dann hätte ich da Den eigentlich schon auspacken können Mist Äh Gut jetzt lohnt es nicht mehr Jetzt würde ich da was verschenken Das macht man ja Dann eher in die Richtung Dann eher in die Richtung Spielen wir jetzt in der nächsten Runde aus Auch wenn ich keine Kopie davon habe Achso die sind ja alle vierfach geklont Die Nacht verschlinge euch Die Nacht verschlinge euch Die Nacht verschlinge euch Ähm Ja Ungünstig 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 Ja genau Na komm Hau ich nach raus Jetzt habe ich nämlich begriffen Was damit auf sich hat Spätzünder und so Werde mich zum DIES Wo Ach, das zählt dann für alle. Okay. Ja, genau. Hau mal nach Haus. Den hau mal raus. Was macht das eigentlich nochmal? Okay. Ich wollte jetzt noch keine großartig doppelt. Das ist mein Problem. Ich grüße euch. Ja, ja, ja. Ich habe mich vereint. Ich frage mich ab. So, dann haben wir den doppelt. Dann hauen wir den aus. Zwei Bananen, plus eins, plus eins. Oh. 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 Lasst mich nachdenken. Ja, denk schneller. Nur einen Schluck. Dann geragt ihr mir. Was war das jetzt? Ein Füllstum. Danke. Gut. Dann machen wir das erstmal so. Den hauen wir raus. Dann geben wir dem eine Banane und noch eine Banane. Und dem eine. Den opfern wir jetzt mal. Nur einen Schluck. Nur einen Schluck. Dann geragt ihr mir. Oh. 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 gut, dann kriegt der gleich noch ne Banane dass er nicht ausgenockt wird den abweich wieder und so ich glaube ich hab hier ne völlig falsche Vorgehensweise aber mal schauen wo wir enden werden die erdenmutter ist nah Kampfschrei wird zweimal ausgelöst okay dann kriegt der noch eine Banane was macht der hübsches so ach jetzt kann ich den nicht ah shit ich will doch dem noch Schaden reinhauen Mist brauche ich noch Banane ne lass ich mal ruft ein Beutelmech-Junges herbei mal komm 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 Ja, hat sich wohl gelohnt. Okay, habe ich was mit Todesröcheln? Naja. Kampfschrei wird zweimal ausgelöst? Nein. Eins, sechs, sieben, acht, neun, dreizehn Schaden. Achso. Ich konnte den ja sofort ausknocken, was zähle ich denn da noch lang rum? Sehr schön, haben wir die Runde gewonnen. Ja, direkt noch 60 Gold, die Kartenpackung. Läuft, läuft, da sind wir auch weiter nach vorne gekommen. Es gefällt mir. Also, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen auf diesem Kanal, liked das Video, kommentiert gerne und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao.